Hi Leute, wir sind wieder zurück im Party Animals und zwar, wer es gesehen hat im letzten Video, wir haben unser erstes Spiel gewonnen, echt stark und dann haben wir 1500 Knochen gekriegt und wir kriegen hier ein Überraschungsei, da bin ich echt gespannt, wir machen das jetzt mal auf mit der Münze und schauen wir uns wieder kriegen, also ich habe gedrückt, hast du auch gedrückt? Jetzt habe ich geglückt. Okay, ich habe ein Silberness. Nein, ich habe auch ein Silberness. Ich habe Milky Otter, ich habe einen weißen Otter, einen ganz weißen Tiger. Echt jetzt? Ja, ich habe einen ganz weißen Tiger. Oh, ich habe einen weißen Otter. Okay, Leute, ihr habt das gesehen, also das ist im Item Shop oben. Äh, einfach bei Surprise X. Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt wieder ein Game und hoffen... Hä? Bist du bei mir schon drin? Nee, bist du drin? Ich lade dich schnell ein. Ja, warte. Währenddessen können Sie alle liken, abonnieren, freut uns immer riesig. Gerne kommentieren, wer das Spiel hat. Sagst du uns mal, wen wir... Ich habe dir eine geschickt, was machst du? Ich dachte so, ich habe sie auch genommen, glaube ich. Jetzt. Nein. Dann, Leute, gerne in die Kommentare schreiben, welchen Skin wir uns als nächstes holen sollen. Ja. Startest du? Nein, du bist Chef. Ah, ich bin... Hä? Okay, ich kann. Ich habe gestartet. Okay. Sehr gut. Irgendwann ich jetzt starten. Ich weiß nicht, wieso, aber egal. Ja, ich weiß, wieso. Aber nicht, egal. Was nehmen wir? Die Mitte. Die Mitte. Die Mitte. Okay. Oh, Brücke wieder. Aber... Wen nehmen wir? Was? Wen nehmen wir? Du darfst entscheiden. Vielleicht den, was wir gezogen haben. Ja, aber den haben wir ja nicht beide, oder? Nee, ist egal, welcher es ist. Wir nehmen einfach den, was wir gezogen haben. Der ist aber bei mir nicht. Außer ich konnte nochmal extra auswählen. Ich habe... Na, das andere ist Smiley. Du siehst nicht, wie meiner aussieht, oder? Nee. Und ich bin nicht dein. Wir müssen warten, bis die Lunde startet. Aber ich habe meinen gar nicht. Ach so, warte. Was labert der? Hey, du? Ja. Ja, Papa? Ah, ich habe noch keinen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal den Otter. Ja, ich habe meinen. Die bin ich, Papa. Der hat mich einfach genommen und geworfen. Ich bin schon wieder weg. Mein Gott. Kannst du mich sehen? Nein, ich konnte dich nicht sehen. Jetzt sehe ich dich. Oh, du bist der weiße Tiger. Ich bin schon. Nicht so nah am Rand. Nicht so nah am Rand. Oh, voll. Ich bin wirklich weg. Weg, 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 weg. Ich habe eine Bombe geschlossen. Ah, ich bin schon weg. Go, geh doch weg. Sehr gut. Einen habe ich weggesprengt. Der andere hat auch einen weggesprengt. Oh, kann ich mal sagen? Warte, warte, ich kann einen Fisch schmeißen. Vielleicht. Ich will noch eine Bombe. Ich warte einfach auf die Bombe. Nein, Schatz. Nein. Ah, okay. Ich habe eine Bombe geschmissen. Und, boah, ich habe wieder einen runtergekriegt. Weg mit dem. Tschüss. Blau hat gewonnen. Okay, jetzt ist Runde 2. Jetzt müssen wir besser sein. Siehst du mich jetzt? Ja, ich sehe dich. Oh. Oh, die Bombe. Der mich auch umschlagen, aber das Netz hat mich noch verletzt. Ich meine, was ist das? Wie ist das schief? Wie ist das schief? Wie ist das schief? Oh, die hat mich schon wieder runtergeschmissen. Ich bin oben. Ich bin auch da, Papa. Okay, ich schaue, dass ich gleich eine Bombe schmeiße. Irgendwie. Warum ist das so schief? Keine Ahnung. Ist das aber die auch schief? Ja, Mann. Ja, meine Blöcke ist voll schief. Aua. Nein, ich weg. Bleib. Bleib oben. Ich schmeiß gleich eine Bombe. Ich habe aus Versehen eine Banane geschmissen. Ich bin oben. Ganz oben. Oh Gott. Aua. Oh, ich habe die Bombe hier. Nein, er hat auf mich einen Fisch geworfen. Oh, ich habe die Bombe. Papa. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh, nein. Platz. Ah, ich weiß, wie du den S-Gen auswählen kannst. Papa. Papa, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich schon. Ich will die bloß abschießen. Wieso hast du nichts gesagt? Sie sind sich heute konzentriert beim Zielen. Sorry. Alter, jetzt guck. Wie kann ich einen zugucken? Wer hat gewonnen? Orange. Okay, okay, okay. Jetzt halt. Der nimmt mich schon wieder. Der schmalkt. Lass mich einfach in Ruhe. Tschüss. Tschüss. Au, au, au. Au, ich bin tot. Aber was du das da, ne? Ja, neben dir. Ich wollte dich retten. Aber jetzt haben die mich. Die schieben mich da einfach. Mein Gott. So. Au. Au. Ein Backfall. Ich will wohl nicht geben. Ich erwische. Hilfe. Hilfe, ich will wirklich mich. Hilfe, ich will den K.O. wegen sie. Hilfe. Hilfe. Mama. Hilfe. Nein. Ich bin abgestürzt. Ich bin genau auch abgestürzt, wo du abgestürzt bist. Und jetzt hat er jetzt clean gewonnen. Oh mein Gott. Das war ein schnelles Game. Äh, ja. Ich glaube, wir nur noch einen Punkt, wenn man hat jeder einen Punkt. Geil. Ich will den. Ah. Ah. Nein, nein. Ich wollte die doch nur runterschmeißen. Gott, ich bin so schlecht. Ich muss noch so viel üben. Mann, du musst überleben. Okay. Was machst denn du da an den Rand? Ja, ich bin durch. Was? Geh da weg. Da ist eine Bombe. Geh da weg. Da ist eine Bombe. Hilfe, weg. Oh, sehr gut. Oh nein, ich muss weiter. Schnell, weiter runter. Weiter runter, ja. Oh Gott. Vorsicht, Vorsicht. Äh. Ich kriege sie. Ich kriege sie. Ja, mach ihn weg. Mach ihn weg. Oh mein Gott, mach ihn weg. Ich kriege gleich eine Bombe. Überlebe, überlebe. Überlebe. Pass auf hinter dir. Der will dich schmeißen. Au, 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 au. Hey, ich habe Angst. Geh weg. Da oben ist die Bombe. Geh runter, geh runter, geh runter. Oh Gott. Du musst überleben. Überlebe. Au, au, au. Lass mich los. Ich bin so weh. Okay, okay, okay. Patsch ihn weg. Pass auf, das oberste Brenn liegt gleich weg. Nein. Schnell, schnell, komm rüber. Ja. Oh mein Gott, das war gut. Total gut gesaved. Der Sprung und beide sind abgestürzt. Sehr, sehr gut. Schaut sich versauer, weil wir so gut sind. Oh Gott, jetzt bin ich die Lücke wieder schieb. Hilfe. Nein, mein Gott. Bist du auch runter? Ja. Na toll. Der hat mich einfach runtergekickt. Nein. Hup. Ich habe einen Fisch geworfen. Ich habe einen Bombe geworfen. Tschüssi, Loser. Ich schmeiß auch gleich eine. Ich habe mich gelaufen. Ich habe mich gelaufen. Echt jetzt? Ja. Au, die, die. Ich kann mir nur noch einen Fisch leisten, aber ich warte, bis ich mir eine Bombe leisten kann. Aber was, wenn es unentschieden ist? Ich weiß es nicht. Das glaube ich, wird kein Unentschieden, oder? Einer muss brauchen. Rot. Weißen runtergefallen. Wieso haben die jetzt gewonnen? Er war orange. Weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Oh Gott. Hi Papa. Ich folge dir. Ich schütze dich. Jeder Machthund. Jeder Machttiger. Ich werde nie tot. Ich schlaf nie ein. Oh Gott. Ich habe so Angst, dass mich wieder einer runterschmeißt, oder ich selber aus der Fall. Ja, komm. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Nicht wieder. Nicht wieder im Leben. Oh, ich habe mich voll im Gedank. Ich bin tot. Scheiße. Ich bin wieder da. Bin ich jetzt der einzig Blöde, der wieder runtergefallen ist. Bist du nach oben, warte. Warte, warte. Halt ein bisschen durch. Ich schmeiß eine Bombe. Geh da weg von dem Brett. Das bricht gleich ab. Oh Gott. 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 Bleib doch einfach hängen. Ich habe ganz sehr geglückt, aber der ist automatisch losgegangen. Ich glaube, sie können sich nicht unendlich lange festhängen. Echt? Papa. Ja. Der Orange ist raus. Ja, er hat blau gewonnen. Oh Mann. Wir brauchen auch einen. Nein, jetzt ist schon vorbei. Okay Leute. Leider waren wir diesmal nicht so gut. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich, weil es macht mega Spaß. Wir müssen halt nur noch besser werden. Ja. Wo bin ich da? Also bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss. Tschüss.